Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo, äh, Detmer hier. Könnte ich bitte Herrn Süßkind sprechen? Hallo, Herr Detmer. Äh, nee, das geht zur Zeit leider gerade nicht. Ja, und weshalb nicht? Weil Herr Süßkind offensichtlich nicht warten konnte und bereits ohne mich abgefahren ist. Wie? Er ist ohne Sie losgefahren? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020